Debian ist nicht nur die Grundlage für das offizielle Raspberry Pi OS, sondern auch eine der ältesten noch aktiv weiterentwickelten GNU-Linux-Distributionen. In diesem Video schauen wir uns mal genauer an, was Debian denn gegenüber anderen Distributionen auszeichnet, ob es sich heutzutage noch lohnt und wir laufen auch einen Blick auf die eher versteckte Seite, wo es nicht immer erkennbar ist, wie zum Beispiel beim Raspberry Pi OS, aber auch an anderen Stellen. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Bei Debian handelt es sich um eine GNU-Linux-Distribution. Es verwendet also den Linux-Körner kombiniert mit dem GNU-System als Grundlage für das Betriebssystem. Die erste Version wurde 1993 als freie Software veröffentlicht und ist damit älter als ich. Die Werte freier Software sind in Distributionen sehr wichtig. So wichtig, dass die offiziellen Installationsmedien über Jahrzehnte hinweg keine unfreien Komponenten, wie zum Beispiel proprietäre Treiber oder andere Firmwarebestandteile enthielten. Debian soll vollständig aus freier Software bestehen, war das Credo. Mit dem erweiterten Paketierungswerkzeug, auf Englisch kurz APT, bringt Debian seine eigene Paketverwaltung mit. Die Bookworm getaufte Version 12 enthält mehr als 64.400 Softwarepakete. Falls dich interessiert, was in der Version 12 von Debian sonst noch so alles neu ist, dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Natürlich sind diese 64.000 Pakete nicht alles Programme, die du direkt benutzen kannst, wie zum Beispiel ein Webbrowser oder ein E-Mail-Programm. Darunter sind auch Bibliotheken oder andere Abhängigkeiten, die man als normaler Anwender nicht direkt verwendet. Dennoch bleibt eine beachtliche Menge an benutzbarer Software, die mit Version zu Version ständig steigt. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass man für einen bestimmten Zweck mindestens ein geeignetes Programm in den offiziellen Paketquellen findet. Es geht bei Debian aber nicht nur um die reine Menge der Software. Debian selbst bezeichnet sich gerne als das universelle Betriebssystem. Ein Hauptgrund dafür ist die Vielfalt von Architekturen. Neun Stück werden offiziell von Bookworm, also Version 12, unterstützt. Dazu kommen nochmal neun weitere aktive Portierungen, die inoffiziell von der Community auf eigene Faust durchgeführt wurden, zum Beispiel für RISC-V. Bemerkenswert ist, dass sich darunter auch Architekturen befinden, die eine vergleichsweise geringe Verbreitung aufweisen. Die wohl noch bekannteste unter diesen dürfte die 32-Bit x86-Architektur sein, die schon seit vielen Jahren immer seltener wird. Deswegen haben immer mehr Betriebssysteme in letzter Zeit die Unterstützung eingestellt, darunter verschiedene GNU-Linux-Distributionen, aber auch Windows ab der Version 11. Debian ist damit eine der letzten eigenständigen Distributionen, die noch als 32-Bit-Variante verfügbar sind. Somit lässt sie sich auch noch auf sehr alter Hardware nutzen. Die Mindestanforderungen verlangen in jedem Fall einen Prozessor mit mindestens einem Kern von einem Takt von einem Gigahertz. Dazu 256 MB Arbeitsspeicher und 4 GB Speicherplatz auf einem Datenträger. Mit Desktop-Umgebung erhöht sich das auf 1 GB RAM und 10 GB Speicherplatz, empfohlen werden 2 GB Arbeitsspeicher. In jedem Falle aber ist das viel geringer als die von Microsoft Windows. Vor allem seit Windows 11 hat ja der Konzern dort künstlich erhöhte Systemanforderungen erzwungen. Neben speziellen Prozessoren werden auch verschiedene Module, TPM, Secure Boot und so weiter verlangt. Die kann man zwar noch abschalten, aber nur mit Hacks, all das braucht man bei Debian überhaupt nicht, weil man da komplett frei ist, wo man das benutzen möchte. Obwohl sich Debian traditionell sehr für freie Software einsetzt, hat man dieses Bekenntnis mit Debian 12 aufgeweicht. Der Installationsassistent prüft, ob proprietäre Firmware für das System erforderlich ist. Wenn ja, wird diese automatisch geladen. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits schränkt uns solche Software in den Freiheiten ein, aber andererseits ist es eben gerade für Einsteiger ein besseres Erlebnis, wenn automatisch alles funktioniert und sie nicht eben Probleme bekommen, weil zum Beispiel die WLAN-Karte nicht funktioniert oder keine Bluetooth-Verbindung ohne weitere händische Schritte möglich ist. Das kann man gut oder schlecht finden, aber hier kann man sehr schön aufzeigen, wie solche Entscheidungen getroffen werden. Es gibt nämlich keinen Debian-Chefentwickler oder etwas Vergleichbares, der gestern gesagt hat, ich möchte jetzt proprietäre Firmware drin haben und morgen ist die in Debian eingebaut. Stattdessen gibt es einen demokratischen Entscheidungsprozess. Dieser kann von jedem Teammitglied und sogar von Sponsoren angestoßen werden. Der Vorschlag wird gemeinsam diskutiert und am Ende folgt dann eine Abstimmung. Wie das Ganze organisiert ist, das wurde in der sogenannten Debian-Verfassung festgelegt und regelt zum Beispiel auch den Ablauf solcher Wahlen. Im Beispiel der unfreien Firmware gab es sieben Varianten und das Team entschied sich Mitte September 2022 für den beschriebenen Weg, unfreie Firmware automatisch zu laden, falls das eben erforderlich ist, damit die Hardware vollständig funktioniert. In diesem Falle musste sogar der Debian-Gesellschaftervertrag angepasst werden. Das ist eine öffentliche Richtlinie für grundlegende Fragen, wie Debian Software herstellt, verbreitet und betreut. Bis zu der Entscheidung war das automatische Installieren von unfreien Firmwaretreibern mit den Grundsätzen des Projektes nicht vereinbar. Mit den demokratischen Abstimmungen möchte Debian sicherstellen, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft die gleichen Rechte besitzt, also auch den gleichen Einfluss auf das Projekt. Außerdem soll die gezielte Einflussnahme von einem einzelnen Akteur, wie zum Beispiel einem Unternehmen, verhindert werden. Apropos Gemeinschaft, wer steckt denn nun konkret hinter Debian? Die Distribution ist stark ehrenamtlich organisiert, nahezu alle Mitwirkenden arbeiten freiwillig an der Weiterentwicklung. Debian wird also nicht durch ein Unternehmen entwickelt, wie zum Beispiel Ubuntu, dahinter steckt Canonical. Ubuntu ist zwar ebenfalls kostenfrei, die verdienen ja Geld mit Unternehmenskunden, die zum Beispiel Support oder andere Zusatzdienstleistungen buchen. Hier entscheidet aber am Ende der Hersteller, also Canonical, wie es mit der Entwicklung weitergeht. Das Kriterium ist eher für Unternehmen wichtiger, da sie gerne Support-Verträge kaufen oder eben längere Update-Zyklen, um da besser abgesichert zu sein. Privat spielt das keine so große Rolle, das ist eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob man da eben was Gemeinschaftliches möchte oder ein Unternehmen, das eben hinter dem Ganzen steckt. Debian hat sich einen Ruf als stabiles Betriebssystem erarbeitet. Aktualisierungen werden unregelmäßig ausgespielt, aber vorher gründlich getestet. Von der aktiv unterstützten Debian-Version existieren immer drei Veröffentlichungen. Unstable bildet den aktuellen Stand der Entwicklung ab. Man hat hier also einen sehr frühen Entwicklungsstand, bekommt die aktuellste Software, muss dafür aber mit Fehlern rechnen. Gedacht ist es zum Testen für Entwickler. Man kann es sich wie eine Art Rolling-Release-Distribution vorstellen, die immer mit der aktuellsten Software versorgt wird, ohne Upgrades. Im Gegensatz zu einer Rolling-Release-Distribution ist sie aber nicht zur produktiven Nutzung gedacht. Die Pakete werden nicht vorher getestet, sondern im Umkehrschluss landen sie in Unstable, um getestet zu werden. Am ehesten lässt sich das ungefähr mit einem Arch Linux vergleichen. Also es ist hier ein relativ hohes Risiko da, dass Updates irgendwas kaputt machen, das man dann auch selber wieder reparieren muss. Testing ist der nächste Schritt, nachdem die Pakete in Unstable ausprobiert wurden, kommen sie in Testing und sind damit in der Warteschlange zur Abnahme. Dieser Zweig ist die Grundlage für die nächste Hauptversion von Debian, zum Beispiel nach Debian 12 wäre das Debian 13. Man kann hier schon mit relativ stabiler Software rechnen. Problematisch ist allerdings, dass sowohl Testing als auch Unstable nicht aktiv vom Debian-Sicherheitsteam mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Das ist ausschließlich Stable vorbehalten. Bei Unstable wird man zwar in der Praxis oft die Sicherheitsupdates zeitnah erhalten, weil das eben relativ aktuell gehalten wird, egal ob das jetzt Sicherheitsupdates sind oder andere Updates, aber eben ohne Gewehr und bei Testing da sieht es schon schlechter aus, weil ja die Updates da schon allein durch den Unstable-Zweig nochmal verzögert ankommen. Stable ist die Version, die zur produktiven Nutzung freigegeben ist und auf der Debian Homepage veröffentlicht wird, wenn ihr dort auf der Startseite auf Download klickt. Durch die umfangreichen Tests in den zwei vorherigen Versionen gilt sie als ziemlich stabil und wird daher auch gerne auf Servern eingesetzt, wo einem das ja im Regelfall sehr wichtig ist. Doch die Stabilität hat auch einen Preis. Die Software wird für eine Hauptversion wie zum Beispiel Debian 12 bereits im Testing eingefroren. Sie bekommt dann bloß noch Sicherheitsaktualisierungen und im Ausnahmefall bei schwerwiegenden Fehlern vielleicht auch mal dort kleinere Fixe, aber das ist eben nicht die Regel. Bugfixes oder gar neue Funktionen erhaltet ihr also üblicherweise immer erst in einer neuen Hauptversion von Debian und die erscheint etwa alle zwei Jahre. Anfangs ist das meistens kein so wirklich großes Problem. Erscheint eine neue Debian Version wie zum Beispiel Version 12, Bookworm, dann ist die Software relativ aktuell, aber schon in ein paar Monaten kann das anders aussehen. Wenn zum Beispiel Fehlerkorrekturen veröffentlicht werden oder es neue Funktionen gibt, die ihr gebrauchen könnt, dann erreichen die einen nur mehr oder weniger stark verzögert in zum Beispiel anderthalb Jahren, in einem Jahr, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man das feststellt. Für das Problem gibt es verschiedene Lösungen. Backports bringen neue Pakete aus der nächsten Debian Version in die vorherige. Klingt toll, hat aber auch seine Vor- und Nachteile. Gerade für weniger erfahrene Nutzer würde ich das nicht empfehlen. Einen anderen Ansatz verfolgen neuere Paketformate wie zum Beispiel Flatpak, Appimages und Snap. Sie versuchen die Anwender-Software, also zum Beispiel Browser, E-Mail-Programm, Gimp und so weiter, von den APT-Paketquellen und damit dem Betriebssystem zu trennen. So lassen sich diese Programme eigenständig aktualisieren, ohne auf eine bestimmte Debian-Version angewiesen zu sein. Als praktischer Nebeneffekt wird dabei die Bindung an eine bestimmte Distributionsfamilie wie zum Beispiel Debian gelöst, da ja nicht alle das APT-Format einsetzen. Vor allem für Server-Dienste gibt es mit Containern wie zum Beispiel Docker nochmal eine andere Alternative, die darüber hinaus eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen besitzt. Erscheint eine neue Hauptversion von Debian, dann muss man nicht zwingend sein komplettes Betriebssystem neu installieren. Upgrades sind relativ einfach möglich. Im Grunde muss man bloß in den Paketquellen den Codenain-Distribution ändern, die Paketquellen aktualisieren, alle Pakete auf den neuesten Stand holen und man ist auf der nächsten Version, zum Beispiel in Zukunft Debian 13. Ich erwähne das, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. In der Ecke Red Hat Enterprise Linux ist es zum Beispiel so, dass man hier offiziell kein Upgrade durchführen kann und das System neu installieren muss. Fairerweise wird eine Red Hat-Version aber auch bis zu 10 Jahre unterstützt. Bei Debian sind es nur 3 Jahre, dazu optional 2 Jahre LTS-Pflege durch die Gemeinschaft. Einen eigenen, aber recht interessanten Weg geht Debian bei den grafischen Desktop-Umgebungen. Es existiert ein einziges Installationsabbild, das den Nutzer vor der Installation nach seiner bevorzugten Desktop-Umgebung fragt und hier stehen auch alle größeren Desktop-Umgebungen zur Auswahl. Die sind zudem im Originalzustand. Manche andere Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, die setzen ja eine große Desktop-Umgebung ein. Hier ist es zum Beispiel GNOME. Aber nicht im Originalzustand, sondern angepasst. Manche mehr, andere weniger stark. Je nach Sichtweise kann das ein Vor- oder Nachteil sein. Wer keine grafische Oberfläche benötigt, der kann sich auch einfach weglassen und sich die minimale Edition installieren. Vor allem für Server ist das sinnvoll. Das wird von vielen anderen Distributionen auch angeboten. Bei der Installation fällt generell auf, dass es da einige Stellen gibt, wo man dem Nutzer ziemlich viel Entscheidungsspielraum lässt. Zum Beispiel fragt der Assistent, ob man einen Proxy- oder Spiegelserver einrichten möchte und ob man die Paketquellen überhaupt konfigurieren möchte, wenn ja, mit welchem Spiegelserver. Das kann man von zwei Seiten betrachten, eher positiv im Sinne von der Entscheidungsfreiheit des Nutzers. Andererseits muss man dabei als Anwender aber auch einige eher technische Fragen beantworten, die gerade weniger versierte Anwender vielleicht nicht auf Anhieb verstehen. Die Verbreitung korrekt zu messen, das ist immer ziemlich schwierig. Je nach Quelle und auch Einsatzort hat man da unterschiedliche Zahlen. Unter Web-Servern liegt zum Beispiel Ubuntu mit 33,9% auf dem ersten Platz. Direkt danach kommt Dibian mit 16%. Bei DistroWatch steht Dibian gemessen an der Anzahl an Seitenaufrufen von allen Distributionen auf Platz 5. Unabhängig von den exakten Zahlen und deren Auslegung hat also Dibian durchaus eine gewisse Relevanz, zumal ja eine weitere Besonderheit von Dibian darin liegt, dass es sich um eine komplett einständige Distribution handelt. Es baut also auf keine anderen auf. Dafür ist es die Basis für zahlreiche andere Distributionen. Eine, die wohl ziemlich viele von euch kennen dürften, ist das Raspberry Pi OS. Dibian hat sich hier nicht nur wegen seiner Stabilität als solide Basis bewährt. Unter den zahlreichen unterstützten Architekturen sind da auch die verschiedenen ARM-Varianten dabei. Auch viele APT-Pakete werden für ARM angeboten. Somit steht den Nutzern viel Software zur Verfügung, die Raspberry Pi Organisation nicht nochmal separat bereitstellen muss. Stattdessen hat sich das Raspberry Pi OS nur da erweitert, wo es für den Pi sinnvoll und notwendig ist, zum Beispiel mit Firmware, aber auch Werkzeugen wie Raspberry Config. Für Nutzer hat das den Vorteil, wenn sie Dibian schon mal auf ihrem Desktop oder auf Servern genutzt haben, dann finden sie sich schnell zurecht. Man kann großteils die gleiche Software verwenden und auch deren Einrichtung ist nicht sonderlich anders. Als offizielles Betriebssystem für den Raspberry Pi hat es Dibian damit indirekt geschafft, über das Raspberry Pi OS eine breite Nutzerbasis zu gewinnen, die großteils zuvor noch nicht so viele Berührungspunkte mit GNU-Linux hatte. Ähnlich geht es anderen. Mehr als 120 weitere Distributionen nutzten Dibian als Basis. Ziemlich bekannt ist wohl auch das seit 2004 existierende Ubuntu mit seinen zahlreichen Ablegern für die verschiedenen Desktop-Umgebungen. Aber auch PopOS, ZorinOS, ElementaryOS, Kali Linux, Dibian, Proxmox und Ambien sind weitere Beispiele für Distributionen, die eine recht hohe Verbreitung genießen und die der ein oder andere von euch sicher schon mal gehört hat. Die würde man auf den ersten Blick sicher nicht unbedingt mit Dibian in Verbindung bringen, auch weil sie eben teilweise einiges deutlich anders machen, aber ohne Dibian als Basis wären dies zumindest in der jetzigen Form nicht möglich. Seit stolzen 30 Jahren wird Dibian nun gepflegt, vor allem durch seine Stabilität und Unterstützung vieler Prozessorarchitekturen hat es sich einen Namen gemacht. Einige nutzen es direkt, in Summe wohl noch viel mehr indirekt über eine der weitaus mehr als 100 Distributionen, die darauf aufbauen. Es ist damit definitiv ein wichtiger Bestandteil des GNU-Linux-Ökosystems. Und die Frage, ob Dibian heutzutage noch relevant ist, kann man mit einem klaren Ja beantworten. Zwar gibt es Kritik, wie vor allem die schnell veraltete Software, aber es gibt eben auch Lösungen, mit denen man das Problem angehen kann, ohne gleich die Distribution komplett wechseln zu müssen. Auch wenn zuletzt die Freiheit zugunsten von pragmatischen Lösungen etwas zurückstecken musste, kann man nicht behaupten, dass die Freiheit der Nutzer Dibian nun plötzlich egal sei. Schreibt gerne eure Meinung von Dibian zu uns auf ULips.de ins Forum oder in die Kommentare. Gerne könnt ihr auch eine Rückmeldung zum Format geben, also ob euch solche Videos, die sich auf eine spezielle Distribution beziehen, gefallen, ob es euch zu ausführlich war, ob es kürzer, länger sein soll. Da sind konstruktive Rückmeldungen wie immer willkommen. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.